hallo und herzlich willkommen zurück liebe freunde wir hatten hier aufgehört wo ich gesagt habe wir machen den cut wir fahren dann jetzt weiter mit dem panzer hier waren wir stehen gewinnt also freunde wie gesagt er sagt mir mal was ihr von der grafik haltet wo kommt mark weiß das sieht bisschen scheiße aus wie krim mit dem panzer fahren das tut mir jetzt echt leid aber alle anfangen ist schwer sagte man immer ich habe was sind man runde der pari eine freunde So, ich musste ja mal den Panzer reparieren, sonst wären wir gleich in die Luft geflogen. So, ich muss ja mal die Luft geflogen werden, sonst wären die Luft geflogen. So, ich muss ja mal die Luft geflogen werden, sonst wären die Luft geflogen, sonst wären die Luft geflogen. So, ich kann jetzt schon mal dazu sagen, wer überlegt sich das Spiel zu kaufen, also macht den Freunde, also, er spricht die nächste, nichts dagegen. So, ich muss ja mal die Luft geflogen werden, sonst wären die Luft geflogen. So, ich muss ja mal die Luft geflogen werden, sonst wären die Luft geflogen. Heftig. Wir bringen uns zu dem Dorf-Fahrer. Dort sitzt die Rache. Gehunterschuss! Erledigt! Weiter! Heftige Lage, Freunde. Sorry, wenn ich jetzt ein bisschen wenig rede, aber die Story fesselt einen mega. Muss ich mal echt sagen. So, Freunde, weiter fahren. So. 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 Wie hell gerade ausgerutscht ist er. So. 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 Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob die Grafik hier so rüberkommt, aber Bombe, Alter. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob die Grafik hier ist. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob die Grafik hier ist. Oh, Alter, ist hier gerade ein Flugzeug abgeschnitten? Okay. 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 Erledigt. Komm schon. Ja, das wirst du ruhig stellen. Schnell, schaltet das Geschütze aus. So, noch mal reparieren. Alter, was war das? Was war das, Alter? Oh nein, oh nein, oh nein. Oh, Glück gehabt. Einwurz, bring uns rüber. Alle deutschen Stellungen auf der Brücke räumen. Noch mehr Scheißschlamm. Schupe, Höhen und durch. Zack, 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 zack. Zeig, zack, zack. Sack. Sie haben auf uns gewartet. Wir müssen die Reste. Scheiße, ich habe keinerlei Zugkraft. Treibt sie zurück, Jungs. Klappt das in Ruhe. Sie bewegt sich nicht. Kotz hat. Kotz hat. Richard, stopp. Die Zaube. Bist du verrückt? Du bringst uns alle um. Zeig, du zieh sie dir. Heftig! Das ist ein Befehl, Junge. Hast du mich etwa nicht verstanden? Die Taubefeuer! Ich bringe die Nachricht zum Haku. Wo ist das Haku, bitte? Was ist das Hauptquartier? Hat er denn mit Taube fliegen hier? Hat er denn? Wo? Was haben die damals wirklich so gemacht mit Tauben, Alter? Heftig, oder? Heftig, das ist aber nice, Alter. Heftig, das ist aber nice, Alter. Heftig, das ist aber nice, Alter. Heftig, aber nicht schlecht, Alter. Heftig, das ist aber ganz schön. Heftig, das ist aber ganz schön. Heftig, das ist aber ganz schön. Ich bin in der Karte des Niemals. Ich bin in der Zeit der Jungs. Ich bin in der Zeit der Jungs. Ich bin in der Zeit der Jungs. Das ist doch kein Objekt! Bitte jetzt nicht! Bitte jetzt nicht! Komm schon! Komm schon! Das war's. Willst du da bloß rausstehen? Oh! Das kriegt er dann an! Oh, toll! Oh, toll! Oh, toll! Oh, toll! Wir werden alle in einem Stück durchkommen, Edward. Wenn du Ärger kriegst, sind wir direkt hinter dir. Oh, toll, Freunde! Oh, Gott! Mein Feldgeschick! Edward, du erkundest das Gelände. Wenn da ein Geschick ist, schalt es aus. Wenn es eng wird, Feldwind ist. Andernfalls kommt ihr mit Beth nach, sobald du das Signal ... 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 die Locken rocken, Freunde.